Ihr Lieben, es gibt eine neue Frühstückskombination. Also zumindest teste ich das heute mal. Und zwar sind das Sojaflocken, Weizenkleie und Haferflocken. Und das Ganze, wie immer, never change a winning team mit purem Wasser. Natürlich kochendes, aber ich bin einfach kein Fan davon, wenn da irgendwie Gedöns mit drin ist. Schauen wir mal, was wird. Nein, natürlich, ich habe mich versprochen, Leute. Macht mich nicht fertig. Ich mache mich schon selber fertig. Ich habe mich gerade voll erschrocken, als ich das so dachte. Ich schneide das Video. Haferkleie, natürlich, kein Weizen. Haferkleie, Haferkleie. Alter. Perfekt.